Der Dienstanzug ist eine Uniform der Bundeswehr. In seiner Grundform wird er außerhalb militärischer Anlagen als Ausgehuniform, innerhalb militärischer Anlagen auch zu Kommandierungen, Versetzungen und anlässlich anderer feierlicher Veranstaltungen getragen. In einigen Dienststellen der Bundeswehr, vorwiegend in Kommandobehörden aber auch im Bundesministerium der Verteidigung ist er Tagesdienstanzug. Zum Dienstanzug in seiner Grundform existieren verschiedene Abwandlungen und Ergänzungen. In der Zentralrichtlinie A2-2630-0-5 Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind alle Formen des Dienstanzuges sowie der, anderen Uniformen der Bundeswehr genau beschrieben. Dienstanzug Dienstanzug des Heeres Dienstanzug des Heeres Punkt. 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 Dienstanzug der Luftwaffe Dienstanzug der Luftwaffe Punkt. 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 Dienstanzug der Marineoffiziere Unteroffiziere Mannschaftsdienst Gerade ab dem 30. Lebensjahr Mannschaften bis zum 30. Lebensjahr Mütze Weiß Klapphose Dunkelblau Hemd Dunkelblau Hemdkragen Blau Seidenes Tuch Schwarz Mit Fliege Halbschuhe Schwarz Glatt Socken Schwarz Dienstanzug der Marine Punkt. Sommerdienstanzug Die Sommerdienstanzüge dürfen nicht innerhalb Deutschlands getragen werden, sondern nur südlich des 40. Breitengrades Nord Dieser verläuft ungefähr auf der Höhe Madrids und Ankaras. So darf er beispielsweise von auf der Holomen Air Force Base in New Mexico Kurs stationierten Soldaten getragen werden. Sandfarben Sandfarben Der sandfarbene Sommerdienstanzug darf von Soldaten des Heeres, der Luftwaffe und der Marine getragen werden. Sommerdienstanzug Sandfarben Punkt. 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 Weißer weiße Sommerdienstanzug darf nur von der Marine getragen werden. Mannschaften bis zum 30. Lebensjahr tragen den Sommerdienstanzug mit weißem Hemd und weißer Hose, behalten aber die schwarzen Dienstschuhe. Sommerdienstanzug weiß. Großer Dienstanzug Der große Dienstanzug ist eine Abwandlung des Dienstanzugsgrundform und existiert nur bei Heer- und Luftwaffe. Er wird nur auf Befehl und zu besonderen Anlässen getragen. Anstelle der Halbschuhe werden die Kampfschuhe mit Wollsocken getragen. Die Hose wird oberhalb der Stiefel nach innen umgeschlagen. Hinzu kommt noch ein schwarzes Lederkoppel, das über der Dienstjacke getragen wird. Bei kalter Witterung kann der Mantel über der Dienstjacke getragen werden. Das Lederkoppel wird dabei wiederum über dem Mantel getragen. Als Abwandlung kann ein Helm anstelle des Barretts Schiffchens befohlen werden. Dann wird in der Regel witterungsunabhängig der Mantel getragen. Bei der Gebirgstruppe des Heeres werden zum großen Dienstanzug die Skibluse, die Keilhose sowie Bergskischuhe oder Bergschuhe und Wollsocken getragen. Großer Dienstanzug Die Marine hat keinen großen Dienstanzug. Es kann jedoch als Abwandlung zum Dienstanzug Seestiefel mit zwei halben Schlägen befohlen werden. In diesem Fall sind Seestiefel zu tragen und die Hose von unten zweimal von innen nach außen zu einem 5 cm breiten Aufschlag umzuschlagen. Dieser Anzug wird umgangssprachlich auch als zwei Geige oder Wachgeige bezeichnet. Besonderheiten Bei warmer Witterung oder in geschlossenen Räumen darf die Jacke abgelegt werden, soweit Brauch und gute Sitte dem nicht entgegenstehen, jedoch nur, wenn kein weißes Oberhemd getragen wird. Das Diensthemd Die Dienstbluse ist dann mit Schulterklappen zu tragen. Die Jacke darf nicht über dem Arm getragen werden. Bei kaltem Wetter ist das Tragen von privaten Schnürschuhen, Stiefeln gestattet. Bei Heer- und Luftwaffe ist des Weiteren ab dem Dienstgrad unteroffiziert das Tragen einer Schirmmütze möglich. Kleiner Dienstanzug Umgangssprachlich wird bei Heer- und Luftwaffe als der kleine Dienstanzug eine Abwandlung des Dienstanzuges für warme Tage bezeichnet. Als Oberbekleidung wird hier lediglich das kurze Diensthemd mit oder ohne Langbinder getragen. Bis 2005 war das Tragen eines Langbinders zum kurzen Diensthemd nicht zulässig. Bisweilen wird in Heer- und Luftwaffe jeder Dienstanzug als kleiner Dienstanzug bezeichnet, der nicht als großer Dienstanzug ausgestaltet ist. Bei der Marine wird der Dienstanzug umgangssprachlich auch als 1. Geige bezeichnet kleiner Dienstanzug. Punkt. 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 Sonstiges. Zeitweise waren folgende Uniformvarianten eingeführt bzw. erlaubt weiße Dienstjacke bzw. Rockweiß. Ende der 60er Jahre führte die Bundeswehr eine weiße Dienstjacke ein. Diese konnte von Offizieren und Unteroffizieren MP im Rahmen des kleinen Dienstanzugs getragen werden. Sie war auf eigene Kosten zu beschaffen und fand nur geringe Verbreitung. Getragen wurde der weiße Rock nur im Sommerhalbjahr und bevorzugt im Offizier-Unteroffizierheim. Schon in der Wehrmacht war ein weißer Rock zu bestimmten Anlässen erlaubt. Hellblaue Uniform. Als 1976 die ersten Frauen als Sanitäter bei der Bundeswehr eingestellt wurden, erhielten sie eine taubenblaue Uniform. Trageweise. Zulässige Trageweise von Orden Ehrenzeichen, Abzeichen und Kennzeichnungen an der Uniform. Erste des Heeres, zweite der Luftwaffe, dritte der Marine für Mannschaftsdienst gerade bis zum 30. Lebensjahr und vierte der Marine für Offiziere, Unteroffiziere. Mannschaftsdienst gerade ab dem 30. Lebensjahr. Untertitelung des ZDF,不能 in die Abliekung des ZDF, wurde über 20. Lebensjahr undigung Wieftesik.